Veranstaltung in der Reihe, die wir jetzt über die letzten Tage hier hatten, Salongespräche über die Zukunft. Heute Morgen mit Dieter Klein und Rainer Rilling. Beide haben in der letzten Zeit zu dem Thema publiziert. Bei Dieter Klein ist es dieses Buch, was wahrscheinlich viele von Ihnen oder euch auch kennen. Das ist Das Morgen tanzt im Heute. Er hat da die komplizierte Frage am Wickel, wie es eigentlich möglich ist, angesichts der nicht zuletzt drohenden Klimakatastrophe und den nötigen Veränderungen, die diese Gesellschaft dringend braucht, wie es möglich ist, Veränderungen anzustoßen, die hier und heute anfangen und gleichzeitig auch den nächsten Schritt, den Schritt, der über den Kapitalismus hinausweisen kann, zumindest vorzubereiten. Das andere Buch ist dieses hier, Futuring. Rainer Rilling hat darin den sozusagen einführenden Text geschrieben. Er ist Transformation als Futuring und hat damit dem Buch den Titel verliehen. Und darin geht es um die Frage, wie eigentlich die Antizipation, also die Vorstellung unterschiedlicher Zukunfte in die Gegenwart gezogen werden kann, also vergegenwärtigt werden kann, wie so Gegenwartszukünfte möglich sind, die überhaupt erst Handlungsfähigkeit unter den heutigen Bedingungen möglich machen. Die beiden Bücher oder die Überlegungen, die da drin sind, bilden in gewisser Weise den Hintergrund des heutigen Gesprächs. Ich möchte jetzt ganz kurz beide vorstellen, obwohl sie wahrscheinlich ziemlich bekannt sind. Dieter Klein ist Sozialwissenschaftler und Ökonom. Er wurde während der Weimarer Republik geboren, was aus meiner Perspektive eigentlich kaum vorstellbar ist. Nicht zuletzt deshalb, weil seine intellektuelle Produktivität bis heute vollkommen ungebrochen ist. Es gibt von ihm eine Sammlung biografischer Texte mit dem Titel Begebenheiten aus drei Systemen. Zwei davon sind in der Zeitschrift Luxemburg erschienen. Und die kann ich euch oder Ihnen nur wirklich wärmstens ans Herz legen. Sie sind geprägt durch eine bitter ernste und zugleich unglaublich komische Ironie, mit der er diese vielfältigen Übergangsphasen und Turbulenzen unterschiedlicher Systemwechsel bearbeitet. Alltagskämpfe eines Intellektuellen. Während des zweiten von ihm durchlebten Systems war er ab 1964 für 13 Jahre Direktor des Instituts für politische Ökonomie an der Humboldt-Uni und danach deren Prorektor für Gesellschaftswissenschaften. In den 80er Jahren hat er sich über die Systemgrenze hinweg für den Aufbau einer multidisziplinären Friedensforschung eingesetzt und nach der Wende war er nicht nur Gründungsmitglied der, also hat er sich nicht nur an der Gründung der PDS, sondern auch an der Gründung der Rosa-Luxemburg-Stiftung war er maßgeblich beteiligt, wo er heute als Senior Fellow am Institut für Gesellschaftsanalyse arbeitet und den nächsten Systemwechsel mit vorbereitet. Rainer Rilling ist ein bisschen jünger, aber auch Senior Fellow am Institut für Gesellschaftsanalyse. Das er auch seit 1999 mit vorbereitet, mit gegründet, aufgebaut und maßgeblich geprägt hat. Er kommt ursprünglich aus Süddeutschland, aber lebt eigentlich immer schon in Marburg. Während des Studiums war er Mitglied im SDS, also im Sozialistischen Deutschen Studentenbund, dann viele Jahre Dozent an der Marburger Uni, wo er 2002 zum APL-Professor ernannt wurde. Dazwischen war er fast 15 Jahre Geschäftsführer beim Bund Demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und immer wieder zu kürzeren oder auch längeren Forschungsaufenthalten in den USA. Rainer Rilling ist Mitherausgeber der Blätter für deutsche und internationale Politik, Gründungsmitglied auch wiederum der Zeitschrift Luxemburg und hingebungsvoller Redakteur derselben. Er forscht und schreibt zu Geopolitik, zu Fragen des Empire, zum Öffentlichen, zu Commons, zu Ungleichheit, zu den Superreichen und in letzter Zeit zu Piketty und wie gesagt zum Futuring. Das Interessanteste über ihn ist, dass er zu Hause 18.000 Science-Fiction-Romane hat, von denen er die allermeisten aber nur einmal gelesen hat. So, genug der Vorrede. Ich möchte jetzt, wir haben uns überlegt, dass wir sozusagen ein paar Runden hier vorne machen und dann sozusagen in der zweiten Hälfte der Veranstaltung auch die Möglichkeit geben, an euch oder sie Fragen zu stellen. Als erstes möchte ich einsteigen mit der Frage, wie ihr es eigentlich seht. Also in den letzten Tagen hat dieses Motiv, dass die Linke sich jetzt sozusagen nach dem Ende der Geschichte die Idee, dass es überhaupt eine andere Zukunft geben kann, also dass etwas anderes möglich ist als dieses heutige System, dass wir uns diese Idee überhaupt erst wieder zurückerobern müssen. Ich möchte euch gerne fragen, was ihr denkt, was aus eurer Sicht getan werden muss um diese geistigen Blockaden zu schleifen. Fängst du an, Dieter? Möchtest du mich irgendwo drücken? Ist alles an? Ist alles an? Ja, naja, wenn ich das wüsste, dann wäre das richtig schön. Ich bin gestolpert über ein hübsches Zitat von Ernst Bloch und habe das auch mitgebracht. Und der mit Bezug auf Karlai schrieb, was der geistige Vorkämpfer sagt, waren alle Menschen schon nicht weit entfernt zu sagen. Sehnten sich danach, es auszusprechen. Die Gedanken aller fahren wie aus einem schmerzlichen Zauberschlaf auf und erwidern ihm mit Zustimmung. Schön wäre natürlich, wenn wir eine solche Idee finden würden. Ich glaube allerdings, dass eine solche Zentralidee, die nun alle hochreißt und alle aus dem Zauberschlaf weg vergeblich gesucht werden wird, sodass es etwas mühsamer ist, zusammenzufügen, was denn uns in Bewegung bringen könnte, mehr in Bewegung bringen könnte als bisher. Mir fällt dazu ein, also erstens etwas ganz Einfaches, aber schwer zu machen ist. Es geht darum, sich in Bewegung zu setzen, indem konkrete Projekte bewältigt werden, die die Dinge vorwärts bringen, die das Leben der Leute verbessern, von ihnen selber angepackt werden und ihnen das Gefühl geben, dass sie selber die Dinge in die Hand bekommen. Also konkrete, machbare Projekte, Einstiegsprojekte in eine Bewegung nach vorne, das wäre außerordentlich wichtig. Das ist eine erste zentrale Frage, dass eine Linke überall dort sein muss, wo Menschen auf die Idee kommen, dass sie selber etwas bewegen können und nun anfangen etwas zu bewegen. Ob das Schwimmbäder sind, die erkämpft werden müssen oder öffentlicher Nahverkehr oder eine echte Mietbremse oder Beseitigung von Sanktionsmechanismen aller Hartz IV. Also was auch immer. Syriza ist dadurch zu einem solchen wichtigen Faktor geworden, dass die überall da waren, wo Leute etwas in Bewegung gebracht haben. Das hat diese Partei stark gemacht, ebenso wie Podemos in Spanien. Also ich glaube, das ist wirklich eine erste zentrale Frage, konkrete Projekte dabei zu sein und die zu fördern. Eine zweite, Dagmar hat vorhin davon gesprochen, dass das in den letzten Tagen hier rumgegeistert sei. Das ist eine große Erzählung, trägt 2000 Jahre und wird auch weitertragen. Die Neoliberalen haben ihre Erzählung von dem Markt, der in wundersamer Weise die Dinge regelt, mit entsprechender Privatisierung und so weiter. Die haben ihre Erzählung mit wenigen Stichworten charakterisierbar. Privatisierung, Deregulierung, Liberalisierung, Finanzialisierung und man weiß Bescheid und hat eine umgekehrte Erzählung. Was ist eigentlich die Erzählung der Linken? Die Linken erzählen viel und sie erzählen vielstimmig und das ist ja auch in Ordnung. Aber wer macht sich ran und wie kommen wir dazu, in welchem Diskurs kommen wir dazu, die vielen Momente einer Erzählung, ob feministischer, ökologischer oder sonstiger Art, zusammenzufügen zu etwas, was das Gemeinsame reflektiert, was der Kern des Nach-Vorne-Kommens ist. Wir haben die Überlegung gehabt, man könnte das als 4U bezeichnen, mit ein bisschen Krampf. Das Erste ist eine gerechte Umverteilung von Lebenschancen und Macht. Das ist eine ganz zentrale Frage und alle anderen Dinge sind eigentlich damit, die nach vorne gehen, verbunden, dass es um gerechte Umverteilung von Lebenschancen ginge. Ökologische Umgestaltung ist ein zweites Grundmoment, was eigentlich alles verbinden könnte. Die Klimafrage wird dabei sehr zentral werden. Und demokratische Umgestaltung ist sozusagen das Elixier, mit dem man die Dinge voranbewegen kann. Und ein bisschen bemüht kann man sagen, umfassende Solidarität und Friedenssicherung als Elementarbedingung, um das Ganze überhaupt bewegen zu können. Also eine Erzählung. Das ist aber nicht selbstverständlich. Wolfgang Streeck, lange Zeit wissenschaftlicher Direktor, Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, der hat jüngst publiziert, dass es ohne Erzählung geht. Und dass es Illusion sei, darauf zu warten, dass die Linke etwas haben müsste, was die Umrisse von Zukunft zeigt. Man braucht keine Akteure und man braucht keine Erzählung. Der Kapitalismus wird von alleine schon kaputt gehen. Das ist für mich eine sehr verquaste Vorstellung, aber die ist prominent vorgetragen. Ich glaube, dass drittens die Linkspartei eine eigene Erneuerung braucht. Nur Stichworte, ein wichtiges Stichwort ist verbindende Partei. Also vieles, was einzeln ist und nebeneinander mit sich selbst nichts wird, muss verbunden werden mit anderem. Also Barbara, die hier neben mir sitzt, die hat vor nicht so langer Zeit eine Care-Konferenz gemacht, wo ungefähr 60 Gruppen und Initiativen und Bewegungsleute und Gewerkschaftsmenschen und was auch immer erschienen sind, die haben alle mit Sorgearbeit zu tun gehabt und haben alle eigentlich, obwohl völlig isoliert voneinander, gleiche Sorgen, nämlich der Unterbewertung dieser Sphäre, der Unterfinanzierung dieser Sphäre und so weiter. Dies zusammenzubringen, auch die Linkspartei, als verbindende Partei wäre, glaube ich, was ganz Wichtiges, eine offene Partei für Entscheidungsfindung. Da müssen andere mitreden können, sonst ist man isoliert von anderen. Ich glaube, dass zeitgemäße Formen der Mobilisierung, wie sie jetzt auch hier praktiziert werden, Medien, elektronische Medien, das breiteste Bündnispolitik gehört dazu, zu dieser Erneuerung der Partei, denn so breit ist die Bündnispolitik nicht. Die ist nicht überall verankert, wo was los ist und nicht in allen Schichten, nicht in den intellektuellen Diskursen so sehr, dass man sie immer so richtig bemerkt. Also das wäre ganz wichtig. Und dann, glaube ich, unsere politische Kultur, die bedarf erheblicher Entwicklung, denn nicht alle Leute ziehen wir mit der Art unserer Kultur an und manche stoßen wir ab. Also da ist es zu erneuern. Und schließlich, glaube ich, aber es ginge darum, dass man sich eine Vorstellung macht, auf welchen Wegen kommt man denn in die Zukunft. Mal war es die Revolution, mal sind es die Reformen, beides hat so nicht funktioniert. Also was sind denn die Wege, auf denen man sich vorstellen kann, Zukunft zu erlangen? Naja, vielleicht so viel. Vier Punkte, wenn es darum geht, in Bewegung zu geraten, mehr als bisher. Also ich finde zunächst einmal, dass diese Veranstaltung wirklich einen Nerv getroffen hat. mit diesem Thema. Ich war sicherlich einer der Protagonisten, mit Gründen, zu denen ich noch was sagen möchte. Aber ich hätte mir das doch nicht so resonanzreich vorgestellt, dass so viele Leute kommen und es so eine Diskussion gibt. Und das ist deswegen einfach so erfreulich, weil lange Zeit man sich kaum getraut hat, über weitreichende Zukunft zu sprechen. Es gab immer eine große Stärke der Linken, dass sie die Kraft gewesen ist, die über Zukunft spricht. Und das ist über lange Zeit nicht mehr so selbstverständlich gewesen. Sondern man hat dann halt so sich in den Mühen der Ebene bewegen müssen und hat sich darin bewegt. Und diese Konferenz kann tatsächlich weitaus mehr sein als eine Woche. Sondern hat also vielleicht doch ein Potenzial, was deutlich darüber hinausgeht. Ich denke natürlich, wenn also die Frage ist, wie man neoliberale Dominanzen und Hegemonien erschüttert, das war ja deine Ausgangsfrage. Klar, die macht das ja, der Neoliberalismus oder der Kapitalismus macht das ja zunächst mal von selbst. 2008 sehr erfolgreich. Es gibt keinen krisenlosen Kapitalismus. Und diese Krise hat die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass diese kalte Hegemonie des neoliberalen Denkens mit den fünf Punkten, die er gerade genannt hat, dass die in die Krise geraten ist. Wir waren dann auch häufig sehr optimistisch und haben mal wieder unterschätzt, wie zäh diese Elemente sind. Aber das ist sicherlich das ABC und der Ausgangspunkt. Darüber nachzudenken und zu sehen, dass solche Krisen Möglichkeiten schaffen, die existieren immer noch. Diese Krise ist nicht vorbei. Die Öffnungen, die diese Krise mit sich bringt, sind immer noch da. Sie haben sich zwar verändert. Es gibt Schließungen, Dinge, wo man nichts mehr machen kann, also jetzt nichts machen kann. Aber das ist, glaube ich, der erste Punkt, den ich doch sehr stark machen will. Wohin es dann geht in diesen Krisen, hängt von uns ab und natürlich von jenen, die hier auch dominant sind, immer noch. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, den ich da machen will. Beim Nachdenken ist mir ein Buch eingefallen aus diesem größeren Reservoir von einem englischen Blockbuster-Schreiber, Robert Harris. Manche kennen den Namen vielleicht. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Vaterland vor 20 Jahren. Und in dem Buch hat er etwas geschildert, was in der Wirklichkeit nicht stattgefunden hat. Das war so eine Alternativwelt-Geschichte. Und er hat etwas geschrieben, was vor ihm praktisch keiner gemacht hat. Er hat nämlich geschrieben über einen Faschismus, der 1945 nicht besiegt wurde, sondern weiterlebte. Europa beherrschte. Fern im Osten gab es einen Krieg, irgendwie in Russland. Näheres erfährt man in diesem ganzen Buch überhaupt nicht darüber. Aber man schreibt das Jahr 1963. Und in diesem Jahr 1963 soll es zu einem Appeasement mit einer USA kommen, die von einem gewissen Herrn Kennedy regiert wird. Das ist sozusagen die zeitliche Idee. Und das, was mich so beeindruckt hat nun an diesem Buch, ist die Art und Weise, wie er den Faschismus geschildert hat. Er hat nämlich einen erschöpften Faschismus charakterisiert. Einer, der sozusagen die Mühen der Ebene, nicht den Aufschwung und so weiter erlebt hat, sondern ein Faschismus, der mürbe geworden ist. Das Ganze ist so ein Kriminal-Thriller, wo dann ein Mensch in die oberen Etagen des Faschismus eindringt und bekommt das alles mit. Es funktioniert nicht mehr richtig. Die Bürokratie ist entsetzlich. Die Brutalität, sogar die Brutalität ist erschöpft. Man hat schon fast alle umgebracht, die man umbringen wollte. Das funktionierte alles nicht mehr und ein Regime zerbröselte so langsam. Und der Gedanke, dass solche Systeme, nicht nur faschistische, sondern überhaupt große Ordnung, einen Höhepunkt haben und dann allmählich zerfallen, und immer größere innere Schwierigkeiten herstellen, finde ich einen ganz wichtigen Gedanken. Er ist nicht pessimistisch. Ich meine, es ist eine entsetzliche Vorstellung, dass der Faschismus gesiegt hat, bringt alles Mögliche um und lebt dann noch weiter. Aber es ist gleichzeitig eine Seite, an die eine Linke auch denken muss. Da komme ich jetzt wieder auf Streeck und seinen Aufsatz, den er über das Ende des Kapitalismus geschrieben hat, über den wir vielleicht wirklich dann diskutieren sollten, kurz, der auch so denkt. Wir müssen die Welt, in der wir leben, historisieren. Wir müssen sozusagen ausbrechen aus dem Käfig und dann halt über alternative Zukunft uns Gedanken machen. Auch weil tatsächlich dieser Neoliberalismus, würde ich schon denken, in vielerlei Hinsicht aus dieser Krise nicht mehr ungebrochen herauskommen kann. Es wird sehr viel stärkere, dauerhafte Brüche geben und die dann gleichzeitig auch Möglichkeiten sind für Alternativen. Das war ein Gedanke, den ich vielleicht gerne hier unterbringen würde, am Beispiel dieses schönen Buches, was man antiquarisch für einen Euro kaufen kann. Was ich nur empfehlen kann. Der andere Gedanke geht ein bisschen zurück auf das, was gestern in einem Panel von Beat Ringer gesagt worden ist. ein Kollege aus der Schweiz, wo es um Wirtschaftsdemokratie ging. Und er hat eine Folie gezeigt ganz am Anfang und hat dann einzelne Bereiche aufgezählt, die zu demokratisieren sind. Und da stand dann auch nicht etwa das Wort Wirtschaft, wie der Titel der Veranstaltung auch war, Wirtschaftsdemokratie, sondern er hat gesagt, Wirtschaft gibt es gar nicht, es gibt Wirtschaften. Es heißt, er wollte damit sagen, Wirtschaft machen, also Güter produzieren, Dinge in Wert setzen etc. Das heißt, er hat also den Prozess im Auge gehabt, den es überall gab. Und da hat er einen Gedanken gehabt, den wir auch hatten, als wir bei diesem Begriff des Futuring gelandet sind, der ein völlig komischer Begriff ist. Wenn man ihn googelt, findet man nur Blödsinn. Das ist die erste vernünftige Bedeutung dieses Begriffes. Also man weiß nicht so richtig, was soll das eigentlich. Und dieser Begriff ist ein bisschen zurückgegangen auf die Debatte um die Commons. Was Commons sind, weiß in diesem Raum natürlich jeder. Gemeingüter verschiedenster Art usw. Darüber wurde ganz lange diskutiert. Es gab immer nur die Commons. Und plötzlich kam ein Mensch auf die Idee, nämlich Peter Leinbohr, in einem Buch, was er geschrieben hat, über die Magna Carta, die als eines der ersten großen Dokumente überhaupt Commons entwickelt hat. Der hat das Verb daraus gemacht. Der hat gesagt, Commoning. Also, eine ganz erstaunliche Sache. Ich meine, es hat tausende Bücher gegeben, die immer von Commons geschrieben haben. Niemand hat Commoning gesagt. Das heißt, die Commons machen. Hey, man kann die und man muss die Commons herstellen. Man muss sie machen. Und dann dachten wir, Future, Zukunft. Zukunft. Der entscheidende Punkt ist, die Zukunft zu machen. Und damit wird sie plötzlich nicht mehr etwas, was so weit weg und unberührbar quasi ist. Und damit ist man eigentlich auch an dieser großen Wende, die der Kapitalismus irgendwie mit sich gebracht hat. Er hat das nämlich eigentlich erfunden, dass er in seiner Ökonomie und in seiner Politik, dass die Zukunftigkeit und das Kalkulieren mit Zukunft und das selber Zukunft machen praktisch erfunden hat. Und die alte Zukunftsvorstellung, dass Zukunft auf die Menschen zukommt und sie sind ihr ausgeliefert und können gar nichts mit ihr eigentlich anstellen. Sie kommt über sie und sie haben das auch gelernt und sind es gewohnt und kennen keine Alternativen. Mit dieser Vorstellung hat der Kapitalismus Schluss gemacht und hat dann auch die Linke Schluss gemacht. Aber wir vergessen das ganz oft. Wenn wir von Zukunft reden, dann machen wir sie, ob wir wollen oder nicht. Und also das steckt hinter diesem Begriff. Also auch eine Selbstbefähigung, um Zukunft machen zu können, steckt so als Idee damit dahinter. Also das so weit dazu. Ja, ich danke dir. Das ist, kann ich gut aufgreifen, Zukunft machen. Dieter, du sprichst ja in deinem Buch oder auch in vielen anderen Texten von sozusagen doppelter Transformation im Grunde auch als eine Form des Zukunftmachens und konzipierst den Begriff so ein bisschen als eine Möglichkeit, diesen unproduktiven und blockierenden Gegensatz zwischen Reform und Revolution aufzuheben. Vielleicht kannst du ein bisschen was auch darüber sagen, wie so auch mit dem Blick auf Geografie, Lebenserfahrung, was dieser Revolutionsbegriff eigentlich für dich für eine Bedeutung hatte oder hat oder hat er überhaupt noch eine Bedeutung für uns heute mit Blick auch Zukunft machen. Ja, in diesem Buch, von dem du da sprichst, hat mich wirklich bewegt, dass ja immer die Linke entweder überwiegend einer Revolutionstheorie, weil Revolutionstheorien gefolgt ist in ihrem Handeln oder Reformauffassungen. Das Handeln war immer entweder mehr von dem Prozess der Reform im Kapitalismus geprägt oder von der Erwartung, dass die Revolution alles umstürzt. Und wenn man, nun kann man nicht ausschließen, das Revolution als ein großes Ereignis, dass die Dinge nach Form eines zeitlich rafften Aktes nochmal bewegen könnte. Also Zukunft ist ja nicht sicher. Und ich würde nicht schwören, dass es nicht irgendwo, in Lateinamerika sah es manchmal so aus, aber dann hat sich der Prozess doch in Wahlform und nicht in der Gestalt des revolutionären Aktes ergeben. Also man kann nicht ausschließen, dass es Revolution auch in Zukunft geben könnte im Sinne von einem großen Ereignis, das die Raft viele Dinge in Bewegung bringt. Aber ich glaube, dass die Probleme selbst heute so kompliziert sind und so komplex und von einer Qualität, die nur in einem langen Prozess zu bewältigen ist, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass der Begriff von Revolution, der fokussiert auf die Ereignishaftigkeit die Dinge zureichend beschreibt. Ich glaube eher, dass es um Revolution im Sinne von Tiefe der Umwälzung geht. Da muss man ganz bestimmt von revolutionären Umwälzungen, die wir zu erwarten haben, sprechen. Es geht um die Tiefe, aber nicht um das Ereignis. Also geht es eher um eine Mischung von prozesshaften Reformen und revolutionärer Qualität, der Tiefe der Dinge, die wir zu bewegen hätten. Und in dem Sinne, glaube ich, muss beides zusammengebracht werden. Zum Beispiel, wenn wir Griechenland nehmen, dann ist ja die Wahl von Syriza eine Art von von einem gewaltigen Ruck und von einem tiefgreifenden Ereignis und keiner hat erwartet, vor einiger Zeit nicht, dass eine Linkspartei in Südeuropa die Dinge in die Hand nehmen könnte. Aber dann, wenn man genau hinguckt, im Kontext der internationalen Beziehungen, muss Syriza jetzt eigentlich betteln gehen, dass es überleben kann. Und es kommt doch wieder darauf hinaus, dass auch der einschneidendste Akt von Veränderung dann wieder übergeht in lange, langwierige Bemühungen, Reformen doch noch irgendwie hinzukriegen und mit revolutionärer Qualität zu erfüllen. Also beides gehört, glaube ich, zusammen. Und das muss auf den Begriff gebracht werden. Und der Begriff, finde ich, ist Transformation. Und ich habe den Begriff doppelte Transformation benutzt, mit der Vorstellung, dass in absehbaren Zeiten nicht zu erwarten ist, dass wir, oder mal so gesagt, dem neoliberalen Kapitalismus wird nach meiner Erwartung nicht der Sozialismus direkt folgen. Ich kann mir das jedenfalls nicht vorstellen, dass ein solch qualitativer Bruch so einfach kommen wird. Und deswegen war meine Annahme, es wird lange Zeit der Kämpfe geben, in denen es um eine progressive, postneoliberale Veränderung geht. Also eigentlich um einen anderen Kapitalismus. Um mehr Demokratie, mehr Ökologie, mehr Soziales, aber es wird noch kapitalistische Verhältnisse geben. Aber der Kapitalismus kann ja sehr unterschiedlich sein. der war zu Roosevelt Zeiten eben anders als heute bei Merkel oder bei Bush gewesen. Und um einen solchen anderen ging es, aber da wären wir dann wieder bei der Reform und da war die Überlegung, da kann man nicht stehen bleiben, sondern in diesem Prozess der Wandlung, die noch nicht der große Bruch ist, müssten aber die Übergänge in den Bruch hineingeholt werden. Müsste also in den Reformprozess der Einstieg in die revolutionäre Tiefe von Umbrüchen hineingeholt werden. Und so gesehen doppelte Transformation. Ja. Danke. Also, ich würde eine Sache nachfragen gerne. Vielleicht kannst du ganz kurz skizzieren, vielleicht auch an einem Beispiel, wie du dir vorstellst, dass es eigentlich möglich ist, das ist ja im Grunde so eine Art von Kompass auch, wenn ich dich richtig verstehe, sozusagen in diesem Handeln hier und jetzt so eine Perspektive im Blick zu haben und sich immer wieder und Dagmar hat das eigentlich vorhin ja auch angesprochen, immer wieder zu fragen, das, was wir jetzt machen, bereitet das eigentlich den nächsten Schritt vor oder ist es doch nur, ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt, was kosmetisch ist und mich würde interessieren, ob du eine Idee hast, wie wir das eigentlich in den vielen Dingen, die wir so versuchen anzustoßen, sicherstellen können oder uns auch da drin, ich meine Selbstreflexion ist ja auch ein zentrales Moment für linkes Handeln immer gewesen, also sicherstellen können, dass das in die richtige Richtung geht. Also ich habe da keine Patentantwort. Ich glaube, dass in den Dingen immer beides drinsteckt. Nehmen wir mal an, für alle Kinder wird erkämpft, dass sie kostenlos oder von allen zu tragen die Kita besuchen. Nehmen wir mal an, intellektuelle Lehrer, Sozialarbeiter, die Gesellschaft bewegt sich so, dass in den Kitas auch ein schöner Umgang mit den Kindern erfolgt, der sie zu prächtigen Menschen hinbewegt, nehmen wir das mal an, dann wäre das zunächst mal an sich genommen eine schönere Form im Kapitalismus. Und man kann sich durchaus vorstellen, dass dies zu erkämpfen ist. Aber es ist nicht Sozialismus. Aber wenn man dann andererseits bedenkt, dass Sozialismus doch weiter nichts bedeutet, als die Chance der Persönlichkeitsentfaltung für alle, dann steckt würde in solcher Veränderung im Bildungswesen, im Vorschulwesen drinstecken allerlei Sozialistisches. Wenn dies denn verkoppelt wäre mit anderen Schritten, die in ähnlicher Richtung vorangetrieben werden. Oder sagen wir eine Mietbremse einzuziehen, die bedeutet, dass die Leute nicht mehr entmietet werden, ist nicht Sozialismus. Aber zu sichern, dass alle Leute keine Angst haben müssen, aus der Wohnung zu fliegen und zu sichern, dass eine Grundsicherung da ist, die ihnen ermöglicht, den Mund aufzumachen und sich um ihre Angelegenheiten selber zu kümmern, das ist schon wieder mehr als nur Reformen im Kapitalismus Ich würde das Moment des Doppelten betonen und damit deutlich machen, es kommt immer darauf an, was man aus Schritten macht und es kommt auch darauf an, wie man Schritte zusammenführt. Lauter einzelne schöne Schritte ergeben noch lange keinen Einstieg in eine andere Gesellschaft. Aber um darauf zurückzukommen, werden sie denn verbunden werden durch eine Erzählung, die den Leuten plausibel macht, dass es mehr sein könnte als gegenwärtig, weil noch Umrisse da sind, die mit einzelnen Schritten nicht ausgefüllt werden. Wenn also solche suggestive Erzählung sich durchsetzt, so suggestiv wie der Neoliberalismus eigentlich ist, die Linke wäre, dann würden einzelne Reforminhalte ein anderes Gewicht und einen anderen Greif bekommen, dann ging es in eine andere Richtung. Wenn denn die Kräfteverhältnisse sich dazu noch verändern lassen, das muss man ja immer dazu sagen, es geht um die Kräfteverhältnisse, die das oder jenes daraus machen können. Stabilisierung des Gegenwärtigen oder Aufbruch in das Andere in das Neue. Ich denke, wenn ich kurz auch einen Satz sagen darf, die müssen wahrscheinlich nicht nur durch eine Erzählung, sondern auch praktisch verbunden werden und das sind dann die Dinge, die du am Anfang gesagt hast. Was für eine politische Kultur um solche Dinge über verschiedene Schranken, Grenzen, Spaltungen hinweg möglich zu machen. Ich wollte aber jetzt nochmal ganz anders die Frage aufmachen an dich, Rainer, diese ganze linke Woche der Zukunft, also was wir jetzt hier schon den vierten Tag diskutieren und sprechen, geht ja irgendwie implizit von der Annahme aus, dass dieser Kapitalismus nicht zukunftsfähig ist. Das ist so ein bisschen die implizit oder explizit unterliegende Annahme des ganzen Unterfangens. Stimmt das überhaupt? Kommt drauf an. Aber mir kommt es aktuell irgendwie doch sehr drauf an zu sagen, nein, natürlich, er ist zukunftsfähig, er spielt uns das jeden Tag vor, die Melodie von Zukunftsfähigkeit des Kapitalismus und das hat er auch erfunden, das muss man einmal hinnehmen. Ich kann das wunderbare Buch von Bock, dem verstorbenen Historiker, über Freiheit und Gleichheit, schildert das an einigen Stellen sehr eindringlich, wenn er über die große französische Revolution redet und dabei dann halt auch hineinbringt den Gedanken, dass der Kapitalismus die Zukunftsgesellschaft erfunden hat. Er war die erste große und ist es immer noch nicht mehr die alleinige, aber eine große Zukunftsgesellschaft, weil er es vor allem geschafft hat, das spekulieren mit Zukunft, aber eigentlich ist es der falsche Begriff, das Operieren mit zukünftigen Ereignissen, weil er es geschafft hat, das in seine politische Ökonomie einzubauen. Der Profitmechanismus ist ja gar nichts anderes als ein Rechnen auf Zukunft, auf zukünftigen Gewinn. Kredit ist nichts anderes als das zukünftige Operieren mit Geld. Das ist, glaube ich, das erste große Erfindung, was die Zukunft angeht, die kapitalistische Ökonomie hervorgebracht hat. Und das hat dann auch die Gesellschaft revolutioniert. Ich meine, dann ist eine Ausstiegsgesellschaft entstanden und gleichzeitig dann später natürlich eine ungeheuer polarisierte Gesellschaft. Aber das sind, also insofern würde ich schon zunächst einmal sagen, es gibt solche Zukunftsorientierungen im Kapitalismus. Und wenn, ich komme jetzt mal zur Gegenwart, wenn man jetzt diese Woche der Zukunft nimmt, dann ist sie deswegen auch so interessant, weil alle Parteien stecken im Zukunftsgeschäft. Alle machen solche Zukunftskongresse. Die Gewerkschaft macht Zukunftskongresse und Veranstaltungen. Es ist ein richtiges, es ist eine Industrie, eine kleine Industrie im Bereich der Politik. Man macht viele solche Veranstaltungen. Wenn ich so angucke, was die SPD dazu in letzter Zeit auf die Beine gestellt hat, dann ist das ein Trauerspiel. Das Toloren gehen der alten sozialdemokratischen Erzählungen, nicht einmal der sozialistischen oder kommunistischen, sondern das spiegelt sich in dem Umgehen der Sozialdemokratie mit der Zukunft wieder. Sie versuchen sich selbst zu retten, indem sie zu retten wollen, was am Neoliberalismus immer mal wieder kaputt geht. Viel mehr ist das nicht geworden in den letzten Jahren. Man kann das an dem Thema Zukunft ziemlich genau ablesen, in welchem Zustand die einzelnen Parteien sind. Das ist nicht zu verwechseln mit dem, was im Bereich des Staates geschieht mit diesem Thema. Da gibt es auf der einen Seite sozusagen das Rauschen, die Propaganda, das Geschwätz, die Talkshows über Zukunft, die zum nicht umsträchtlichen Teil direkt auf den Bundeskanzleramt kommen. Das ist keine Verschwörung. Das steht auch im Haushalt drin, wie viel Geld man dafür ausgibt und für allerlei Zukunftsveranstaltungen, mit der man gute Laune produzieren möchte in den Krisen, die es gibt. Das ist also überhaupt nicht ernst zu nehmen, sondern es ist Public Relation und Kommunikationspolitik und Medienpolitik, was aber hoch angesiedelt ist, was als wichtig eingeschätzt wird. Also das Reden über Zukunft, also auch direkt durch politische Akteure. Man verspricht sich etwas davon, nämlich Konsensbildung. Auf der anderen Seite gibt es aber nun finde ich tatsächlich auch richtig ernsthafte wesentliche Zukunftsprojekte, die der Kapitalismus entwickelt und die er verfolgt massiv. Also das Stichwort Industrie 4.0 ist das bekannteste. Wir gebracht vor ein paar Tagen mal sehen, wie weit sich das hält. Also die Industrie 4.0 ist gegenwärtig medienpolitischem Aufstieg. Das glaube ich, kann man kaum bestreiten. Und es ist ein Gedanke, der natürlich fantastisch ist für den Kapitalismus, nämlich der Gedanke, die tatsächlich die alte fossilistische Industriegesellschaft, deren energetische Grundlagen tatsächlich zerbrechen gegenseitig, immer mehr. Man pfeift auch im letzten Loch mit Fracking-Politik und der gleichen, was den alten Fossilismus angeht. Diese alte fossile Industriegesellschaft durch Digitalisierung so zu revolutionieren, dass auch die Energiebasis mitziehen kann, die es dann gibt, Es wird eine andere Energiebasis sein, natürlich eine nachhaltige erneuerbare Energiebasis, aber es wird vor allem eine informatisierte sein, also etwas, worüber schon seit den 50er Jahren ausführlich gesprochen wird und wo viele Versuche gemacht werden, aber jetzt kommt der große Gedanke, die Maschinen reden miteinander und verbessern sich selbst und setzen sich Voraussetzungen für die Gewinne, die man sich dabei erhofft. Das ist aber etwas, was ernsthaft verfolgt wird. Mit großem Aufwand und langer Zeit. Ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist etwas, womit man erst anfängt. Alex, der hier hinten sitzt, hat mich mal am Telefon, glaube ich, drei Stunden lang mit der Idee gequält. Also ich habe sie von ihm und hat sie da angefangen. Er, er hat die Hand gespreckt, sehr gut, Alex Semirovich, naja, Geoengineering. Klingt, was ist das, eine Fantasie? Nein, es ist sehr einfach. Es ist aber noch nicht sehr weit vorangeschritten. Also die Umwälzung nicht nur des Gesichts, sondern auch des Inneren des Planeten so, dass es auf den Kapitalismus der Zukunft passt. das ist meines Erachtens ein Zukunftsprojekt, was sehr ernsthaft betrieben wird, auch im Zusammenhang natürlich mit dem ganzen, der Entwicklung, der Krisenhaften Entwicklung des Stoffwechsels, mit der Natur und den Rohstoffproblemen, die es dabei gibt, versucht man damit fertig zu werden und dann generell natürlich das Thema, was mit der Industrie zu tun hat, Big Data, hinter der sich auch eine Revolutionierung des Politischen verbirgt, die man mit Datenpolitik die Politik entwickeln kann, ist ein eigenes Thema, könnte man vielleicht auch da noch kommen. Also kurzerhand, es gibt so große Projekte, wenn man die genauer hin, wenn man da genauer hinsieht, sieht man, es ist das Finanzmarktkapital, es sind eine Reihe von großen Unternehmen und es sind politische Abteilungen, häufig auch, wenn man in der Bundesrepublik sich umschaut, spielt das Militär dort in diesen konzeptiven Fragen auch der Technikpolitik eine sehr viel größere Rolle als das Militär rein militärisch, in kriegerischen Auseinandersetzungen des deutschen Militärspiels. Die Wissenschaftsbasis des deutschen Militärs gehört zu den Entwicklsten überhaupt ist natürlich gemessen an der amerikanischen durchaus noch weit zurück, aber in Europa holt diese Militärtechnik ausgesprochen schnell auf und sie ist auch gleichzeitig gedacht als eine Militärtechnik, die imstande ist, den bundesdeutschen Kapitalismus von der Produktivkraftseite her weiterzuentwickeln. Also das glaube ich, sind also einfach nur drei Stichworte, die mir jetzt dabei einfallen, wenn gefragt wird, gibt es tatsächlich einsatzte Projekte? Die sind milliardenschwer oder absehbar billionenschwer. Mit denen muss die Linke konkurrieren. Sie braucht eine andere, tatsächlich eine andere Datenpolitik. Deswegen ist die Sache mit dem Sozialismus 2.0 eine Entscheidung, mit der ich persönlich leben kann, weil sie geht also auch in diese Sprechweise mit hinein und sagt, ich besetze sie anders. Es darf nicht mehr vorkommen, dass ein Begriff wie Reform so total okkupiert wird, der Linken weggenommen wird und wenn heute jemand von Reform redet, ich meine, du bist einer der letzten überlebenden Menschen, die immer wieder so positiv von Reform reden, also in dem öffentlichen Sprachgebrauch, auch bei ganz vielen linken Reformen, das ist doch wohl das allerletzte. Ich meine, wir haben das, seit Schröder ist dieser Begriff einfach tot. Ja, nein, das ist keine... Und wir können noch ganz kurz hier vorne zu Ende machen und dann die Diskussion öffnen. Ich glaube nicht, dass der Begriff Reform eine Verschließung ist und wenn ich sage, dass... genau was wir tun, die Verschließung eines in uns und reden eines im Standfest. Wollen wir ganz kurz noch hier vorne die zu Ende sprechen lassen und dann Redebeiträge aus dem Publikum? Das wäre mir dankbar. Ja, das macht mich natürlich stürzend, weil meine Idee ist natürlich schon, dass die Aufgabe sehr kompliziert ist. Wir können nicht einfach nur von einer eigenen Zukunft reden, die wir uns so ausdenken, sondern wir haben es mit konkurrierenden Zukunftskonzepten zu tun. Und wir müssen uns auch mit denen auseinandersetzen, die von den regierenden Eliten und den herrschenden Klassen hierzulande betrieben werden. Und weil sie, damit sie nicht passiv über uns kommen und dementsprechend halt diese Entwicklung, die ich versucht habe kurz zu schildern, auch mit solchen Projekten, diese Entwicklung tatsächlich zum Gegenstand unserer Kämpfe, alternativen Ideen und Auseinandersetzungen machen. In diese Richtung geht mein Argument. Ich habe es versucht, nochmal zu bedeutigen. So viel als Antwort. Dieter, du dazu auch noch, vielleicht kann ich kurz eine Frage anschließen. Wie schätzt du denn die Chance ein, dass es dann so post-meoliberale, also emanzipatorisch post-meoliberale Projekte geben kann vor diesem Hintergrund, um sozusagen die Türe wieder zu öffnen? Vielleicht erst nochmal zu dem, was Rainer gesagt hat. Es kommt ja darauf an, von welcher Zukunft man spricht. Realismus für Zukunftsprojekte benannt und ich finde, dass er recht hat, wenn er das tut, weil nur dann die Linke zu Rationalität und Realismus gezwungen ist, wenn sie sich diese Potenziale richtig vor Augen hält. Übrigens ist das auch sozusagen eine Brücke zu dem, ich bin noch ein bisschen stur, zu dem Gedanken doppelter Transformation, weil wenn der Kapitalismus diese Potenziale hat, ist damit zu rechnen, dass er nicht kurzerhand vom Sozialismus abgelöst wird, sondern dass es ein ungeheuerer Fortschritt wäre, wenn man ihm sozusagen die Spitze abbricht und dieser neoliberalen Gestalt des Kapitalismus so wie Ehe dem privatmonopolistischen Kapitalismus der faudistische, dem sozialstaatlich regulierte Kapitalismus gefolgt ist, nun wiederum durchsetzt, dass eine progressivere Gestalt des Kapitalismus, die die Linke dann öffnen möchte, für mehr durchgesetzt werden würde. Aber es kommt, darauf wollte ich jetzt hinaus, darauf an, von welcher Zukunft man spricht. Ich denke, im Kapitalismus wird, da klinge ich jetzt sicherlich ein bisschen konservativ und will das ja auch, wird zu beachten sein, Kapitalismus ist definiert durch Profitdominanz und durch nichts anderes. Und solange Profitdominanz weiter wirkt, glaube ich, wird das bedeuten, dass Persönlichkeitsentfaltung eingeschränkt ist. Du hast mehrere interessante Bücher zitiert, Rainer, eines der, finde ich, auch sehr interessanten Bücher der jüngeren Zeit, leider ist er verstorben, ist das von Schirrmacher von der FAZ, der in seinem Buch Ego beschreibt, sehr faszinierend, aber auch unter Einschluss all dieser neuen technischen Entwicklungen, wie die Leute doch durch die Profitdominanz im Kapitalismus immer wieder in die Richtung gedrängt werden, sich als Konkurrenzwesen, als egoistische Wesen, als Akteure gegen andere zu verhalten, die damit aber auch andere in Unsicherheit bringen und selbst in Unsicherheit sind. Er schreibt zum Beispiel, dass man nur ist, was man tut und dass man nur tut, wofür es einen Markt gibt und dass es nur einen Markt gibt für das, wofür man bezahlt wird, ist das Mantra der neuen Identität und er sagt dann, dieser Typ von Mensch, von dem ich ja auch glaube, dass er vielfach gebrochen werden kann und dass er durch genau das Gegenteil ersetzt werden kann und dass das ja das Anliegen der Linke ist, aber dieser Typ, den der Kapitalismus immer wieder auch produziert, ist eben dieser egoistische Typ, von dem er sagt, der hat eigentlich nur drei Gene, Profit, Preis und Angst, das ist natürlich überhöht und zugespitzt und so sind die Menschen dann doch eben nicht, aber das ist eine starke Tendenz und in dem Sinne wird der Kapitalismus Zukunft nicht haben, dass er diese Brücke überwinde, denn wenn er sie überwinden würde, wäre er nicht mehr Kapitalismus. und du hast nun danach gefragt, welche Chancen denn überhaupt eine postneoliberale progressive Entwicklung hätte und da muss man ganz schön suchen, weil gegenwärtig die Verhältnisse ja nicht gerade in diese Richtung drängen, aber ich denke mal, also viele Befragungen sagen, also erstens die Leute sind sich schon bewusst, dass sie nicht in einer gerechten Gesellschaft leben, sind sich schon bewusst, dass die Demokratie eine höchst begrenzte ist. Nach Allensbacher jüngeren Befragung nur 18% haben gesagt, dass sie in einer funktionierenden Demokratie leben und die Minderheit glaubt, dass die Herrschenden sich kümmern um das, was sie eigentlich bewegt und dass sie glaubt, dass sie doch ganz schön abgehoben sind. Also es gibt schon ein Grundgefühl erstens dafür, dass die Gesellschaft so ideal nicht ist, wie sie sich präsentieren möchte. Daran ist anzukünften. Ein zweites Moment ist, dass ja immerhin in einer Reihe von Ländern Linksparteien oder die Link überhaupt Erfolge verbuchen kann. Das ist Griechenland, das ist Spanien, das sind eine Reihe von lateinamerikanischen Ländern. Also man darf schon festhalten, dass es solche Erfolge gibt, die ja nicht vereinzelt bleiben müssen. Ich glaube, dass ein drittes Moment ist, dass der Kapitalismus das hat Rainer vorhin gesagt, immer wieder neue Krisen produziert, die ihn immer wieder selbst erschüttern. Ich glaube auch, dass Lernprozesse durch die Größe der auf uns zukommenden Probleme ausgelöst werden. Die Klimaproblematik wird immer noch weggeschoben in der Gegenwart. Aber das ist eine Problematik, die die Existenzgrundlagen von hunderten Millionen Menschen betrifft. Ob es jetzt die Wassersituation betrifft, ob es die Verkarstung und Verdorrung und Versteppung von Böden betrifft, ob es Migrationsströme betrifft, die auch zu Migrationskonflikten und Migrationsgewalt führen können. Also die Klimaproblematik, die die Lebensbedingungen von großen Teilen der Menschen selbst existenziell betrifft, in der Kombination mit dem Andauern von Kriegen mit Staatenzerfall und vielen anderen Phänomenen, die ja nach wie vor wirken, werden Handeln erzwingen. Das kann natürlich nach rechts gehen, die Chance ist aber, dass es auch nach links gehen kann. Ich glaube, das sind so ein paar Momente, die dafür sprechen, dass man erwarten darf, dass es postneoliberale progressive Entwicklungen geben kann und wenn die Linke, das kommt natürlich dazu, in der Lage ist, sich selbst zu einigen und breite Bündnispolitik zu betreiben, dann könnte es nach links gehen. Ich danke euch erst mal und ich würde fast sagen, da jetzt die Zeit auch schon ein bisschen fortgeschritten ist, dass wir jetzt erst mal öffnen und Ihnen und euch das Wort geben und danach nochmal hier auf dem Podium. Also, 1, 2, 3 wir sammeln jetzt mal 3 machen dann vielleicht eine Runde und dann wieder Ja. Werner Schönfeld, mein Name, Verfasser des Schönfeld-Memorandums als ein mögliches beschäftigungspolitisches Programm unserer Partei. mich bewegen zwei Schwerpunkte und zwar der erste Schwerpunkt zum Kapitalismus. Ich glaube, in unserer Konferenz ist mir noch zu viel die Situation entstanden oder hat sich so für mich ergeben, dass der Kapitalismus schon am Ende ist, aus dem letzten Loch pfeift und das war hier für mich ganz wichtig, dass nochmal gesagt wurde, so ist das nicht. Ich bin auch der Meinung, dass der Kapitalismus noch recht fest auf dem Boden steht und man sollte die Kraft dieses Systems und seine Möglichkeit nicht unterschätzen. Da muss es uns wie einen guten General geben, der seinen Gegner nicht unterschätzt, sondern aufklärt, wo sind seine schwachen Seiten und schwache Seiten haben sie. Ich möchte aber noch darauf verweisen, dass wir auch sachlich herangehen müssen, es gibt keine revolutionäre Situation in diesem Land. Wir brauchen nur vier Kilometer von hier entfernt zu gehen, da wird unser Zukunftskongress so gut wie kaum eine Resonanz haben, im West-Berlin, im westlichen Teil dieser Stadt. Und wir dürfen nicht vergessen, dass vier Fünftel der Bundesbürger mit dem Begriff Sozialismus auch noch nicht so viel anfangen können. Wir müssen sachlich sein und feststellen und feststellen, dass viele dieser Bürger Sozialismus mit Mangelwirtschaft, mit Mauer, mit Schießbefehl und solchen Sachen gleichsetzen. Diese vier Fünftel müssen wir auch gewinnen. Und da geht der Begriff schon wieder los, Kapitalismus. Gut, soziale Marktwirtschaft, wie es hier offiziell in Antwort ist, auch Kapitalismus. Aber ich gehe immer davon aus, wir sollten auch solche Begriffe für den Bürger verwenden. Und da schließe ich auch zum zweiten Punkt rüber zu Professor Klein. Natürlich haben wir die Möglichkeit über die soziale Marktwirtschaft mit menschlichem Annetz, ich sage es mal bewusst, mit menschlichem Annetz, weg vom Neoliberalismus, erst mal als linke Partei in der Tagesaufgabe zu punkten. Wir müssen auch Tagesaufgaben uns stellen und nicht Fernaufgaben. Demokratischer Sozialismus ist für mich eine Fernaufgabe. Für uns stehen die Tagesaufgaben auch ganz wichtig. Und eine Tagesaufgabe, und das ist ein Stück Zukunft, ist in Thüringen. Rot-Rot-Grün. Nach langer Diskussion und harter Diskussion ist das entstanden. Das kann im Bund auch entstehen. Man muss aber natürlich kompromiss bereit sein und das müssen wir auch lernen. Man kann sich natürlich unter die Ecke stecken und sagen, nein, so machen wir es und nicht anders. Und das müssen wir lernen. und dazu brauchen wir ein beschäftigungspolitisches Programm, das anders wie unser Manifest, das ja recht allgemein gehalten ist. Die Leute brauchen ein konkret beschäftigungspolitisches Programm, wo wir jeden in diesem Land ansprechen können, wo auch die Hausfrau erkennt, Mensch, die Linke wollen ja was bewegen in dem Land. Wie machen wir das? Und das muss auch für jeden Bürger ausrechenbar sein und verständnisvoll mit kurzen Worten kann er sich selber das Bild daraus machen, wie geht das in meiner Stadt vorwärts, wie geht das in meiner Kommune vorwärts. Und das muss in so ein Programm mit rein. Die schwere Aufgabe habe ich mir gestellt und die habe ich darin versucht zu lösen. Die nächste Bemerkung ganz kurz noch. Es wurde, ja, ich versuche langsam zu Ende zu kommen, andere wollen auch noch. Ich möchte nochmal an Professor Dr. Klein anknüpfen. Es ist vollkommen richtig, natürlich, an irgendeiner Zeit kommt der Ende des neoliberalen Kapitalismus. Aber was kommt danach? Ich habe es in meinem Buch, 80 verrückte Ehrenjahre und ich mittendrin, dass ich etwa dann diese nächste Qualität, nachdem wir die soziale Marktwirtschaft wirklich mit menschlichem Anlitz gestaltet haben, in die 30er Jahre unseres Jahrhunderts gelebt. Und das heißt bei mir ganz konkret sozialistische Marktwirtschaft. Und die sozialistische Marktwirtschaft, das ist für mich die Phase, in der die großen Monopole, die bis jetzt eingeengt wurden, immer mehr eingeengt wurden, auch langsam zerstört werden, zerkloppt werden, aufgegliedert werden wieder. Sodass sie nicht diese Gewalt gemacht haben und wir nicht Angst haben müssen, dass Bill Gates oder Google Chef die politische Macht in irgendwelche andere Macht ummünzen, à la James-Bond-Filme. Und wir sollten diesen Punkt dort berücksichtigen und in diese Richtung meine Orientierung und meine Bemerkung. Ich bedanke mich. Vielen Dank. Jetzt ist erstmal der Kollege hier rechts auf dem Sofa. Und dann mit dem blauen Hemd. Ich möchte mich mehr auf das beziehen, was dort vorne gesagt wurde und habe eigentlich nur zwei Nachfragen an beide Referenten. Einmal an Dieter Klein. Lese ich das richtig? Du hast den Begriff der Doppelten Transformation benutzt. Ist dieser Begriff nicht eigentlich auch schon in dem enthalten, was Rosa Luxemburg mit revolutionärer Reformpolitik bezeichnet? Ist das nicht fast deckungskleich? Also das ist nur mal eine Nachfrage. Und dann hatte ich noch eine Frage und Bemerkung zu Rainer. Und zwar du hast ja glaube ich überzeugend dargestellt, dass der Kapitalismus eben auch ein Erfolgsmodell ist. Und dass er eben auch die Zukunft sozusagen in das Projekt Menschheit hineingebracht hat, weil er den Menschen Zukunft eröffnet hat, die es vorher nicht gab. Beweist aber die Tatsache, dass inzwischen auch die Kapitalisten intensiv versuchen, aus diesen Krisen zu lernen oder Konsequenzen zu ziehen, die natürlich nicht die Beseitigung des Kapitalismus haben, sondern seinen Weiterbestand, zum Beispiel im grünen Kapitalismus. Beweist das aber nicht, dass sie selbst im Grunde merken, dass sie eigentlich irgendwo am Ende sind und irgendwas tun müssen, sonst geht das Ganze wirklich im Bach runter. Dankeschön. Vielen Dank. Mein Name ist Manfred Marwath, ich komme aus Baden-Württemberg. Ich möchte zunächst darauf eingehen, auf die jetzige Situation, also in diesem Lande, die ist doch gekennzeichnet und da sind wir uns einig, das sind einmal die Abwehrkämpfe der Linken gegen die Aggressivität des Neoliberalismus, also der Linke insgesamt, ob das Gewerkschaften oder Bewegungen sind und zweitens ist es auch gekennzeichnet, dass Leute aus diesem System aussteigen, ein alternatives Leben versuchen zu führen, alternativ zu wirtschaften, also ich möchte es als Sanf Geria bezeichnen, also das ist auch eine Möglichkeit indirekt gegen dieses System zu kämpfen und drittens natürlich auch hier sind Bundestagsabgeordneten von den Linken, also auch durch eine progressive Reformpolitik, ich meine Reformpolitik ist ja verschrieben, aber progressiv, das heißt die Lage der abhängenden Beschäftigten durch Gesetzesinitiativen zu verbessern, ich habe da das historische Beispiel, also das geht, ich kann aber vergleichen mit New Deal von Roosevelt in den 30er Jahren, aber das führt nicht alles in eine neue Gesellschaft als in den demokratischen Sozialismus, das verbessert höchstens diese Gesellschaft und gleicht eher die Gegensätze aus und führt zur Harmonisierung, aber das Wesentliche ist, und da komme ich auf Streck zurück, du musst ins Mikro sprechen, sonst hört man es im Livestream nicht, du musst ins Mikro sprechen, sonst hört man es im Livestream nicht, also, da komme ich auf Streck zurück, dass der Kapitalismus und da sind wir uns ja auch einig, dass er nicht unendlich ist, sondern dass auch wahrscheinlich seine Zeit bald abgelaufen ist und durch seine Widersprüche und durch die Politik, ich weiß nicht, und jetzt komme ich darauf zu sprechen, wie die Revolution aussieht, aber ich kenne aus der Geschichte Revolution, das ist die amerikanische, das ist die französische, das ist die russische und die deutsche, durch was sind die Revolutionen gezeichnet, das ist eine Krise der Herrschenden und hier, das System ist in die Krise geraten, aber dadurch ist die Revolution noch nicht ausgebrochen, sondern die Regierung hat überdreht, hat es verschärft, also zum Beispiel hier bei der Französischen, da war Staatsschuldenkrise, aber der erste und zweite Stand, der war nicht bereit, die Schulden mitzutragen und da hat hier sich dritte Stand zur Nationalversammlung erklärt, also das ist der springende Punkt, wo es zur Revolution kommt, dass durch die Regierung das überdreht wird und das war auch bei der deutschen Revolution ging es um Krieg und Frieden, also letztendlich wir müssen uns damit auch beschäftigen mit revolutionärer Situation, wir haben keinen Einfluss, wir haben keinen Einfluss darauf, wann sie und wie es entsteht, das geht von der herrschenden Kreis aus, aber wir müssen sie gestalten können und das ist auch ein Punkt und wir müssen sie beeinflussen können und beeinflussen können wir sie nur, wenn wir ein hohes Ansehen bei den revolutionären Massen haben und das müssen wir durch eine Politik erzielen können, ja ich komme gleich zu Ende, wo unsere politische Handeln mit unserer Worte mit unserem politischen Handelnden übereinstimmen in der heutigen Zeit. Danke schön. Und dann machen wir hier vorne noch mal eine Runde. Mein Name ist Axel Popp, ich bin Bürgerbeteiligter in Potsdam, mich interessiert eigentlich viel mehr die Praxis und da würde ich sagen, könnte man viele Projekte, von Projekten war ja schon die Rede, Sachen, die im Laufen sind und da kann ich zum Beispiel auf Kreislaufwirtschaft verweisen, also es gibt viele Wirtschaftsmodelle, die da schon funktionieren und die auch propagiert werden, aber was mich konkret interessiert und was ich sage, ein grundsätzlicher Mangel ist die Psychologie. Wir beachten viel zu wenig, was oder wie werden die Köpfe oder die Prozesse in den Köpfen der Menschen beeinflusst, die vielen Manipulationstechniken, die vom Kapitalismus da sind, die müssen wir dekonstruieren, wir müssen also auch, sag ich mal, uns vielmehr immer die Ängste, wenn von den Ängsten die Rede ist, wo sind die Prozesse, wo kommen die Ängste her, wie entstehen die Ängste auch von der psychologischen Seite und da gibt es viele Kenntnisse, wie diese Psychologie angegangen werden muss. Wir haben tolle Theorien und viele Erklärungen, aber ich denke, wir kümmern uns viel zu wenig um die Psychologie der Menschen. Das ist für mich ein Anliegen und das ist auch die Wirksamkeit. Warum sind diese Manipulationstechniken so wirksam und warum sind viele rationale Erklärungen der Wirtschaft, der Wissenschaft auch so wirkungslos? Also 40% in den USA glauben nur an den Klimawandel, 60% glauben das gar nicht. Und andere Dinge, also wie Wissenschaft auch unterlaufen wird, die wirkt nicht automatisch. Wir glauben an die Wirkung von Wissenschaft und kümmern uns nicht um die Köpfe der Menschen. Ja, vielen Dank. Wie wollt ihr, wer von euch möchte zuerst antworten? Okay, dann würde ich vielleicht zu dem Zustand des Kapitalismus etwas sagen, weil da war ja der Hinweis und das finde ich schon sehr wichtig, in solchen Krisen werden ja auch die Herrschenden unruhig und versuchen aus diesen Krisen etwas zu machen, was ihnen nützt. Das kann man tatsächlich ja auch in der Bundesrepublik sehr gut sehen. Ich hatte das in einem anderen Panel war das ja auch mal war das das Thema. Plötzlich hat das geklappt mit dem Mindestlohn. Wie schlecht auch immer. Aber wir haben plötzlich einen Mindestlohn. Die Kehrseite vom Mindestlohn ist das Tarifeinheitsgesetz. Dann werden den Gewerkschaften gleich die Zähne gezogen. Insofern fand ich das sehr schön, dass du heute Morgen mit der GDL das auch gesagt hast. Weil das genau auch eine politische Antwort auf so ein Deal ist, ohne dass sie den jetzt also so im Kopf hatten. Aber nach meinem Empfinden ist das genauso ein Beispiel gewesen. Denn das hat man wohl auch in der Veranstaltung, die die Stiftung zu dem Thema gemacht hat. Da war ja ein Vertreter der Arbeitgeber da. Also jetzt nicht diese Zukunftswoche hier, sondern vor kurzem eine Veranstaltung zu diesem Thema. hat er sich wohl auch in dieser Richtung ja auch geäußert. Sie sind interessiert an Stabilität, weil sie fürchten Destabilität. Sie wollen also Ruhe und Berechenbarkeit. Deswegen wollen diese Arbeitgeber auch durchaus rechtliche Regelungen, auf die sie sich verlassen können. Das ist auch eine deutsche Besonderheit, dass das so stark ausgeprägt ist in den regierenden Eliten. Auch in ihrem jetzigen Zustand. Wenn man das vergleicht mit den USA, ist das ein ganz anderes Herangehen. In den USA ist das Recht nicht diese Art von Sicherheitsgeber und Stabilisator für die Wirtschaftspolitik der Unternehmer. Da spielt das eine andere Rolle. Und das ist ein anderes Modell. Ich will das wirklich bestätigen. Ich glaube, auch wenn man die Auseinandersetzung in einer Reihe von Fragen sieht, merkt man, dass diese Unternehmerschaft und die politischen Eliten oder herrschenden Klassen wissen, dass sie weiterhin auf einem sehr schwankenden Boden laufen. Sie sind mit dieser Krise noch nicht fertig geworden. und sie rechnen auch damit, insbesondere was den Finanzmarktsektor angeht, dass da urplötzlich wieder etwas passiert und das ist ja auch das politische Potenzial der Auseinandersetzung um Griechenland ganz wesentlich, dass da plötzlich etwas passiert, was ihre eigene Stabilität entsichert und sie plötzlich da in große Probleme kommen. Das ist die eine Seite. Also stimme ich zu. Es ist schwierig. Aber andererseits, ich rede ja nicht vom Ende des Kapitalismus, sondern ich rede davon, dass es wichtig ist zu wissen, dass auch der Kapitalismus mal ein Ende hat. Ich möchte nicht so, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in einem Ewigkeitskapitalismus leben, nicht nur weil ich Linke einfach so bin, sondern auch als Wissenschaftler, das wäre eine ganz große historische Merkwürdigkeit, ein solches ewiges System plötzlich sich vorzustellen. Man kann es sich natürlich vorstellen, aber es ist keine ernsthafte und schon gar keine wahrscheinliche Möglichkeit. Das Interessante eben an dieser Streeck-Geschichte ist gewesen, dass er plötzlich das als Thema wieder aufdringt und sagt, Mensch Leute, irgendwann ist das vorbei und er hat selber riesige Probleme. Er denkt optimistischer über die Endlichkeit des Kapitalismus, als sie das bisher gemacht haben, er selber persönlich schattet, ein Pessimist zu sein, aber das hat er geschrieben. Also ich glaube tatsächlich, jetzt mal davon abgesehen, steht der Kapitalismus natürlich weiter auf festen Füßen. Man muss ja nur die Griechenland-Auseinandersetzung sehen. Ich meine, das ist ja nicht mal David gegen Goliath. Und die Art und Weise, wie diese Finanzminister mit einem anderen Finanzminister umgehen, ist für die politische Kultur der europäischen Eliten wirklich außergewöhnlich. Und sie sind sich, die 18 sind sich alle einig. Und das ist jetzt kein Defetismus. Die Stiftung arbeitet ja auch wirklich hart daran und hat das zu einem großen politischen Schwerpunkt gemacht. Also die Solidarität mit Griechenland und ist hier außerordentlich aktiv. Also außergewöhnlich. Viel mehr als in vielen anderen Dingen, an denen sie früher schon gearbeitet hat, da wird ganz viel Kraft und auch natürlich Organisationsbemühungen und Solidarität und Kultur hineingesteckt, damit wir da weiterkommen. Aber ich glaube schon, dass es ein Beispiel ist, wie weit der Weg unter solchen ungleichen Herrschaftsverhältnissen noch sein wird. Und dass in solchen Fragen die europäischen herrschenden Klassen unter ihrer deutschen Führung natürlich fest in Warten setzen. Und dass ihnen tatsächlich hier, das ist ja auch ein Problem, es geht ihnen allmählich, es wird ihnen allmählich riskant, dass diese politische Krise, Griechenland gegen den Rest des herrschenden Europas, dass diese politische Krise so lange andauert, dass es Syriza und auch andere geschafft haben, das so hinaus zu zögern, angesichts dieser realen Kräfteverhältnisse, haben sie es trotzdem fertig gekriegt, vom Stinkefinger und den ganzen Irritationen der ersten Wochen plötzlich innerhalb von zwei Tagen eine Regierung gebildet. Ist ja ungeheuer, das hat es in der Geschichte von Europa noch nie gegeben. Da fingen sie an zu ahnen, dass Syriza nicht eine lächerliche Vereinigung ist, sondern dass sie sich offensichtlich auf eine ganze Reihe von Fragen ziemlich gut vorbereitet haben. Und man kann also eine ganze Reihe von Punkten, glaube ich, dann nennen, die dazu geführt haben, dass das so lange läuft und dass diese Regierung imstande gewesen ist, trotz dieser Situation eine ganze Reihe von Dingen in Gang zu setzen, die diese erstaunliche Situation hervorgebracht haben, dass in diesem kleinen Griechenland diese neue Regierung nach drei Wochen ihre Unterstützungszustimmung in der Bevölkerung fast verdoppelt hat, während Obama es geschafft hat, innerhalb von anderthalb Monaten sie zu halbieren, die Zustimmung, die er gehabt hat. Und da hat sich nicht mehr viel daran geändert. Also es ist ganz ungewöhnlich, was da geschehen ist, auch in der Qualität der linken Politik. Das muss man mal sagen, irgendwie diese Syriza, wir finden das alles toll, aber es ist auch wirklich ganz ungewöhnlich. Und es ist eine ganz andere Art von Politik, als zum Beispiel die Linke in Thüringen macht. Denn diese Politik, die Syriza machen muss, ist da gar nicht angesagt. Die Linke kann auch ganz verschiedene Formen von erfolgreicher Politik machen. Auch die Politik in Thüringen ist erfolgreich in vielen Punkten. Vielleicht sollten sie noch ein bisschen mehr Reklame dafür machen. Aber ich selber finde es ganz großartig, wie sie die ganze Flüchtlingsproblematik auf die Tagesordnung gesetzt haben. Vorbildlich, großartig. Es war vorher nicht so, es ging sehr es wurde sehr schnell entschieden und da hat man ein politisches Feld entwickelt, wo man tatsächlich eine breite Unterstützung bekommen konnte, wo man mitten hinein in den Konflikt gegangen ist und wo man zeigen kann, was linke Politik ist. Also wir haben mehrere Beispiele von erfolgreicher Politik. Das sage ich jetzt, ich schließe keine Räume, sondern ich will sie tatsächlich aufmachen. Okay. Danke dir. Ja, ganz kurze Anmerkung, revolutionäre Reformpolitik, Rosa Luxemburg, es ist ja nicht übel, wenn in diesem Hause Positionen vertreten werden, die durchaus anschlussfähig sind an das, was Rosa Luxemburg gedacht hat. Ein kleiner Unterschied, sie hat bei ihrer Konzentration auf revolutionäre Realpolitik oder revolutionäre Reformpolitik, je nachdem, immer sehr stark im Auge gehabt, dass diese Politik eine ziemlich direkte Vorbereitung auf die Revolution ist, auf die politische Revolution. Sie hat immer damit gerechnet, dass das sozusagen diese progressiven Reformen, diese radikalen Reformen das Vorfeld der Revolution sind und dass die auch bald kommt. In dem Konzept, was ich hier vertreten habe, ist der Begriff der revolutionären Realpolitik, der revolutionären Reformpolitik sozusagen aufgehoben, aber eher angewendet auf einen langen historischen Prozess, in dem er es zu gravierenden zeitliche Balken Umwälzungen kommen kann, viele Mischungsverhältnisse von revolutionärer Realpolitik und Einstiegen in revolutionäre Qualitäten geben könnte. Soweit. Was mir sehr einleuchtet, ist das Aufmerksam machen auf die Notwendigkeit für die Linke mehr mit der Psychologie der Mehrheit, mit der Psychologie der Herrschenden, der psychologischen Manipulationen durch die Herrschenden umzugehen. Das ist eine ganz große Schwäche. Es fing schon an als Lucien Seif, ich glaube es waren die 80er Jahre, damals schrieb, dass das ein gravierendes Defizit der Linken sei. Das hat die Linken sehr erreicht und sehr bewegt, aber es ist dann wieder verloren gegangen und spielt eine so große Rolle nicht und müsste es eigentlich spielen. Da haben wir große Defizite, an denen richtig neu gearbeitet werden muss. Da wären aber auch große Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit progressiven bürgerlichen Wissenschaftlern. Es gibt übrigens ein interessantes Buch von Jeremy Rifkin, Die empathische Gesellschaft, wo er der Konzentration darauf, dass die Individuen egoistische Konkurrenzindividuen seien und sein müssten, entgegensetzt, dass vieles dafür spricht, dass Menschen in viel größerem Umfang als das gegenwärtig zum Tragen kommt, empathische Wesen sind, die Solidarität empfinden können mit anderen Betroffenen. Er macht darauf aufmerksam, wie sich die Dinge entwickelt haben, Positionen, zum Beispiel in den USA, zu Ehen zwischen unterschiedlich religiös gebundenen, unterschiedlich ethnisch gebundenen. Er macht auch viele Formen Solidarität, die bisher überhaupt nicht selbstverständlich war, auch im Verhältnis zu Tieren und so weiter aufmerksam und arbeitet heraus, dass da ein Potenzial wäre, mit dem man umgehen müsste. Eine Anmerkung noch zu Rainer, du hast immer wieder darauf verwiesen, dass die Herrschenden was tun, um ihre Herrschaft zu sichern, dass sie sich aber auch entsichert sehen. Ich glaube, wenn über Zukunft gesprochen wird, dann ist es legal für die Linke, darüber nachzudenken, ob, wenn die Konflikte und Widersprüche sich so verschärfen, wie das beispielsweise deshalb zu erwarten wäre, weil der Konflikt zwischen Reich und Arm, Piketty, sich zuspitzt und damit die Reichen über Vermögen verfügen, die nach ihren Maßstäben gar nicht profitabel angelegt werden können, dass Überakumulation immer wieder entstehen wird und das zu Konflikten führt, dann könnte es ja sein, dass irgendwann der Punkt kommt, an dem Teile der Machteliten gezwungen sind, abermals zu lernen, wie das in den 30er Jahren die Demokraten unter Roosevelt gemacht haben. Das könnte durchaus sein, wenn man über Zukunft nachdenkt, muss man das auch in Rechnung setzen. Und dann wäre durchaus legitim, ich habe das ein klein bisschen versucht, in der Artikel vor gar nicht so langer Zeit, mal entgegen zu setzen, mit welcher Radikalität Roosevelt begriffen hatte, dass er Soziales in die Politik der Herrschenden hineinnehmen muss, wenn er die Herrschaft der Herrschenden sichern will. Mit welcher Radikalität er widerständige Teile der Machteliten angegriffen hat, weil sie diese Notwendigkeit für die Eliten nicht begriffen hatten. Während unsere Eliten ja nicht mal im Ansatz die Kritik an den sozusagen konservativsten Teilen der Machteliten in den Mund nehmen würden. Also da könnte die Linke noch über allerlei nachdenken und da wäre auch wissenschaftlich an manchen zu arbeiten. Danke dir. Ich würde jetzt noch vielleicht zwei, drei Wortmeldungen machen. Jetzt sind es vier. Wenn ihr euch wirklich versucht kurz zu fassen, das wäre toll. Wir machen jetzt so von vorne nach hinten. Wenn ihr kurz sprecht, können alle sprechen. Ansonsten haben wir nicht mehr genug Zeit, weil das Programm ja weiter läuft. Hört man das? Okay. Ich bin Susanne Anja, ich komme aus dem beteiligen Bereich. Ich mache sehr viel im erwerbslosen Bereich. Ich möchte das nochmal aufgreifen, was der genosse gesagt hat, mit dem psychologischen Aspekt. Und zwar unter folgendem Punkt. Es ist ziemlich wichtig, dass wir der Spaltung innerhalb der Gesellschaft entgegen arbeiten. Und ich möchte hier einfach aus meiner Arbeit kurz Beispiele anfügen. Eine Sache ist, dass Eltern damit konfrontiert werden, die parken ihre Kinder nur vom Fernseher. Das führt dazu, also in der Beratungstätigkeit Hartz IV werde ich damit konfrontiert. Das führt dazu, dass Lehrer die Kinder gar nicht mehr richtig achten, in dem, was sie können, sondern von vornherein abschreiben. Es lohnt nicht. Dieses Kind kann das Schuljahr wiederholen. Auf der anderen Seite habe ich auch Kontakt zu Lehrern, die dann tatsächlich diese Begriffe im abendlichen Gespräch in die Richtung lenken. Die Eltern parken, die Kinder vorm Fernseher, wir können nichts machen, reflektieren ihre eigene Situation nicht, dass sie im Lehreralltag überfordert sind, weil permanent Kollegen ausfallen, sie noch aushelfen müssen, eigentlich ihre Tätigkeit auch nicht richtig ausüben können, im Zuge der Inklusion letztendlich auch überlastet sind, weil sie keinen Beistand durch andere Kollegen haben. Das möchte ich einfach noch mal zu Bedenken geben, dass hier enorm ausgespielt wird und das im Prinzip schon abgedriftet ist. Der nächste Punkt ist der, dass auch die Menschen vor den Job Centern sich distanzieren, ich bin nicht so, ich gehöre nicht dazu, das heißt, ich bin nicht faul, die anderen, die hier reingehen, die sind faul und mir ist das klar, das heißt, solange wir diese Spaltungstendenzen, diese Abwertung der Mitmenschen untereinander nicht aufheben können, werden wir keinen gemeinsamen Kampf, in keine gemeinsame Richtung gehen können, deswegen finde ich es sehr wichtig, diese individualpsychologischen Aspekte zu betrachten, aber auch die gesellschaftspsychologischen Aspekte mit aufzunehmen und wirklich in die Debatte Sozialpsychologen und Philosophen mit hinein zu nehmen. Danke. Könnt ihr nochmal kurz euch melden, die sich gerade gemeldet haben, ja genau, Jörg und dann du. Ja, Jörg Staude. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ob das Ende des Kapitalismus ausgerufen wird, das ist ja eine sehr theoretische Frage und die Debatten mit Kapitalismus, was mir Sorge macht, ist, dass die Formen einer solidarischen Ökonomie, auf die wir immer großen Wert nehmen, die auch immer eine Rolle spielen, also Sharing-Modelle oder Kreislaufwirtschaft, was hier gesprochen wurde, ich nehme auch Bio-Landwirtschaft oder andere Geschichten, auch erneuerbare, und die spielen eine Rolle, dass diese Geschichten zunehmend auch kapitalistisch verwertet werden, also wir haben dieses Taxi-Modell über, wir haben Airbnb, wo wirklich private Wohnungen, private Aussagen in das Verwertungsmodell mit einbezogen werden und das Verwertung geht immer mehr ins Private hinein und uns gehen ein bisschen die alternativen Lebensmodelle aus und ein Aussteiger-Modell, wo ich auf ganz niedriger Stufenleiter so arm vor mich hinwerkle, kann ja auch nicht sozialistisch sein, also ich bin ein bisschen da, was wirkliche Alternativen betrifft, die gehen uns im Moment ein bisschen aus, weil die Verwertung sehr ins Private geht und auch das Privatleben ausgerichtet wird, wenn wir die modernen Informationstechnologien nehmen und hier sind wir links ein bisschen hilflos in meinen Augen. Jetzt der Kollege hier mit Schweigenau. Christian Schaft, Mitglied der Landtagsfraktion im Thüringer Landtag. Ich dachte mir, jetzt wo Thüringen schon zweimal angesprochen wurde, sage ich auch noch mal kurz was dazu. Ich fand eine Aussage heute noch mal ganz spannend, weil das ist glaube ich das, was uns in Thüringen im strategischen Denken für die nächsten Jahre noch so ein bisschen fehlt. Das ist nämlich die Frage, wie wir die Reformprozesse, die wir anstoßen wollen und die wir uns auch irgendwie zum Ziel gesetzt haben, eben tatsächlich in diese tiefgreifenden gesellschaftlichen Umwälzungsprozesse auch hineindenken. Ich glaube, da fehlt es sicherlich aufgrund dessen, dass wir gerade irgendwie am Anfang unserer Arbeit sind, noch ein bisschen und nehme deswegen halt auch noch mal sehr positiv diesen Gedanken mit, wir sollten mehr Reklame machen für das, was wir da tun, weil wir verfallen glaube ich auch in Thüringen, das sehe ich momentan noch ein bisschen kritisch und da müssen wir aber auch in Brandenburg glaube ich noch ein bisschen mehr daran arbeiten, auch wieder ziemlich schnell in so einer Art Abwehrkämpfe, wenn Kritik von außen an den Projekten kommt und ich glaube, da müssen wir eigentlich die Alternative setzen und das war ja eigentlich auch die Zielsitzung und das ist das, wo wir auch jetzt noch an uns selber arbeiten müssen, zu sagen, okay, die Kritik, die von außen als kritisch solidarische Kritik am Projekt Rot-Rot-Grün geübt wird, müssen wir nicht abwehren, dürfen wir nicht abwehren, sondern müssen wir im Prinzip in unserer Arbeit aufnehmen, um damit auch diese Schnittstelle für gemeinsame Zukunftsprojekte zwischen Partei, Bewegungen, Vereinen, Verbänden auch zu schaffen. Und deswegen, wie gesagt, wollte ich noch mal erwähnen, war für mich heute noch mal dieser Begriff der doppelten Transformation dahingehend auch noch mal ganz wichtig, weil ich glaube, wir können nur die Rahmenbedingungen für das setzen, was wir erreichen wollen. Wir wissen, glaube ich, alle, dass wir in fünf Jahren Rot-Rot-Grün in Thüringen 2019 da nicht den Sozialismus eingeführt haben, aber ich denke, gerade mit dem Projekt, so kritisch es vielleicht auch von der einen oder anderen Seite beäugt wird, schaffen wir es hier für eine gemeinsame Arbeit, die Rahmenbedingungen zu setzen. Ja, vielen Dank. Ja, mein Name ist Bernd Imer aus Berlin. Ich bewege sehr, wie denn dieses Transformationskonzept nun in praktische Politik der Linken umgesetzt werden kann. Für mich ist dieses Konzept eine außerordentliche Herausforderung, nicht nur für die Linke überhaupt, sondern auch im Besonderen für die Linkspartei. Wir sind ganz gut in der Darstellung der Konflikte. Wir sind auch nicht schlecht im Ausarbeiten bestimmter alternativer Vorstellungen, in welche Richtung Entwicklung vorangebracht werden müsste. Aber ich habe den Einzelnen Eindruck, dass wir in Fragen der Strategie innerhalb der Linken viel zu wenig darüber diskutieren, welche Wege, welche einzelnen Schritte eigentlich möglich gemacht werden müssten oder welche Möglichkeiten sind da, die zu bestimmten Schritten und Wegen uns auffordern. Mit welchen Widersprüchen werden wir eigentlich konfrontiert? Und dann, wie gehen wir mit Widersprüchen um? Widersprüche heißt ja nicht, nicht selbst ein Widerspruch und dann lösen wir den. Bündnispolitik kann doch nicht nur sein, dass wir mit unseresgleichen, also mit Gewerkschaftern und ähnlichen, sondern auch bis in das Lager der Bourgeoisie hinein. Wir haben ja heute die Frage hier diskutiert, dass es ja da unterschiedliche Überlegungen auch gibt. Leute, die aus dieser Krisensituation Schlussfolgerungen ziehen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Über die strategischen Fragen, die Wege, die Schritte, die auftretenden Widersprüche, die Möglichkeiten, unterschiedliche Optionen zu haben, wie man in einer bestimmten Situation versucht, umzugehen. Das alles ist mir innerhalb der Linken noch zu wenig entwickelt. Stattdessen fangen wir an, uns dann zu zerlegen in die, die immer schon wussten und die neue Gruppen bilden, die den anderen dann klar machen, dass alles falsch ist, was die sagen. Und dann kommt anstelle eines produktiven Streits, kommt dann also die gegenseitige Ausgrenzung und damit leisten wir den besten Beitrag in der Öffentlichkeit, um zu zeigen, dass wir gute Ideen haben, aber nicht in der Lage sind, die auch wirklich umzusetzen. Danke. Als neulich in der hellen Panke viel zu pessimistisch diskutiert wurde über das Abstimmungsverhalten zum Hilfspaket für Griechenland, habe ich gesagt, Denkt doch daran, es ist kein Grund zum Pessimismus in diesem Punkt, das Zustandekommen dieser Regierung und ihr Auftreten ist ein Katalysator, der schon vieles im Bewusstsein der Mitlebenden verändert hat. Und das war aber viel zu wenig. Auf dieser Konferenz hat sich herausgestellt, ja, in der lebendigsten Werkstatt, wo ein Vertreter von Syriza zugegen war, der seine Position plausibel gemacht hat und der Wertordner war in dieser Debatte. Es geht in der Auseinandersetzung um unsere Regierung, um eure Sache. Im Kampf um ein soziales Europa gegen die Spardiktate der EZB und anderen nicht legitimierter, demokratisch nicht legitimierter Institutionen, ja. Da erst hat sich für unser Gehör bemerkbar gemacht, dass das eigentlich hätte als Paukenschlag von uns wahrgenommen werden müssen. Es wurde wahrgenommen als ein anschwellender Trommelwirbel, nicht? Und das erreicht jetzt mit Recht seinen Höhepunkt. Es ist dies in diesen Auseinandersetzungen die Hauptkampflinie, Verzeihung für diesen militärischen Vergleich, ja. Wozu man auf der Gegenseite entschlossen ist, darüber wird offen diskutiert. Man will eine andere Regierung, man will diese Regierung nicht haben. Die wissen sehr viel besser, was sie wollen auf der Gegenseite. Wir wollen eine andere Regierung herbeizwingen, dass die Neuwahl... Und Schäuble macht sehr klar die Strategie auf, indem er sagt, um Himmels Willen, wenn wir da nachgeben, dann geben wir ein Signal an andere Länder, wir brauchen ja nur kommunistisch zu wählen, dann ist kein Halten mehr. Richtig, so sieht er das. Ja, und so sollte man das. So wird es bei Podemos ja auch wahrgenommen. Die junge Generation... Ich muss Sie leider jetzt unterbrechen, weil wenn wir den Referentinnen die Chance geben wollen, noch einen Abschlusssatz zu sagen... Im Übrigen hier bei diesem Reden über die Wirtschaftskrise als die große Chance, ich werde nicht vergessen, wie vor Jahrzehnten in der Freien Universität ein Spezialist für Osteuropa ihm zu Füßen sahen, die ganzen SDSler und er merkte plötzlich die Worten auf die Wirtschaftskrise als ihre große Chance. Da hat er gesagt, die Erfahrung meiner Generation ist, Wirtschaftskrisen sind nicht die Chance für revolutionäre Bewegungen, sondern für faschistische. Die Chance für revolutionäre Bewegungen sind verlorene Kriege. Okay, vielen Dank. So, sehr schön, jetzt haben wir eine letzte, sehr kurze Runde hier auf dem Podium. Dieter Klein muss pünktlich um 12.15 Uhr gehen, deswegen muss ich so ein bisschen auf die Zeit drängen. Dieter, du zuerst. Ich hatte die letzten Beiträge alle so empfunden, dass sie ergänzt haben, und dass man sagen kann, ja, ja, so ist das. Und das ist ja auch nicht so schlecht, wenn das Schlusswort eher im Publikum liegt. Was ich mir wünschen würde, dass die Linke jetzt auch mal groß geschrieben, also die Linkspartei, diese Tage hier zum Anlass nimmt, um zu prüfen, was sie zukommt und was hätte sie zu tun, um die Brücke zwischen den Kämpfen um konkrete Projekte und ihre Durchsetzung und um die Selbstermächtigung von Menschen und die Beteiligung der Linken genau daran, was hätte sie zu tun, um die Brücke zu schlagen zwischen diesen alltagsgegenwärtigen Kämpfen und der Notwendigkeit, den Strategien der anderen eine eigene Strategie, die viel mehr an Zukunft gemahnt und viel mehr auf die Wege achtet, mit denen man da hinkommen könnte. Das eigentliche Problem, was uns ja doch bewegt, ist nicht, dass die Leute nicht sich wünschen, eine andere, bessere Gesellschaft, sondern sie glauben nicht, dass eine Alternative möglich ist. Das ist das eigentliche Problem. Und wir hätten uns damit zu befassen, wie man diese innere Blockade auflösen kann und was dafür eigentlich zu tun ist, um das dann aber auch systematisch öffentlich zu machen, um systematisch zu sagen, unsere Antwort auf diese Blockade, unsere Antworten sind diese wenigen, die miteinander zusammenhängen, das würde ich mir wünschen. Ja, ich würde gerne kurz zu Ihrem Beitrag, der an den Medienbeitrag angeschlossen hat, gerne etwas sagen. Ich finde das, also zustimmt, einfach etwas sagen, dass ich denke, dass die, dass es notwendig ist, in der täglichen Praxis zum Beispiel zu zeigen, dass man Anerkennung und Respekt als Habitus für die Linke stärker entdeckt, als man es bisher entdeckt hat. Die Linke ist relativ stark in Kritik und aber auch Abwertung. Das bringt sie oft fertig. Sie muss aber, glaube ich, denke, dem Ziel, eine Gesellschaft der Gleichen herzustellen, dem alten Ziel und der Gleichheit, um dem näher zu kommen, muss sie, denke ich, auch sehr viel stärker in der Alltagspraxis genau solche Momente der Anerkennung und des Respekts versuchen zu entwickeln. Ich würde mir wünschen, dass die Veranstaltung, Dieter hat es schon angedeutet, in der Richtung einen Impuls gibt, dass wir uns auseinandersetzen mit den herrschenden Zukunftskonzeptionen und Politiken, erstens. Zweitens, dass wir eine Brücke schlagen zu denen, die sich mit diesem Thema, es gibt eine etablierte Zukunftsforschung zum Beispiel, eine Brücke schlagen. Das hat diese Veranstaltung noch nicht richtig fertiggebracht. Es macht aber Sinn, das zu tun. Da kann man, glaube ich, auch relativ viel davon lernen. Und ich will noch ein Wort aufgreifen, was in der Tagung von irgendjemandem mal gesagt worden ist, der oder die redete von den Stimmen und der Stimme der Linken. Da habe ich mir überlegt, was ist eigentlich die Stimme der Linken? Ja, und die Stimme der Linken, natürlich, es wird sehr viele Stimmen geben, aber die bündeln sich dann auch, eben nicht nur in Personen, sondern auch in Medien, in einzelnen Punkten, in Ideen, auch in Zukunftsvorstellungen. Diese Stimme ist sehr vielfältig, aber ihre Bündelung und ihres Rüberbringen, dann also auch in einzelnen Kommunikationen und Medien, ich glaube, darüber muss man viel mehr nachdenken, als wir das bisher konnten. Also mich hat dieser Begriff sehr interessiert eigentlich. Stimme der Linken, was ist das, wo ist sie, wie bekommt man sie zusammen und wie kann man sie mit diesem Thema der Zukunft verbinden? Und es wäre vielleicht keine schlechte Idee, dass wir versuchen, in drei Jahren wieder so einen Kongress zu machen oder in zwei Jahren, keine Ahnung, wie die Planungen sind. Und dann könnten wir mal ein bisschen bilancieren und weiterdenken. Okay, danke. Ja, vielen, vielen Dank vor allem euch beiden für dieses interessante Gespräch und allen Redebeiträgen und jetzt wünsche ich euch noch ein paar letzte Stunden auf diesem Kongress und ein schönes Abschlusspanel und dann hoffentlich in zwei, drei Jahren für die nächste Konferenz dieser Art. Danke.